Das ist alles keine Hexerei und dennoch ist es nicht ganz einfach. Hier in diesem Video zeige ich, wie man eine winzige kleine Kanne herstellt. Die wird in einer Form aus Gips gegossen mit flüssigem Ton und ich habe mal zwischendurch diese Form gewogen, damit man das Gefühl dafür bekommt, wie schwer die dann mit diesem Inhalt ist. Und diese Kanne, die hat nur 0,4 Liter vom Inhalt, hat die jetzt schon fast 9 Kilo Gewicht. So und diese Form muss jetzt eine Weile stehen bleiben mit dem Inhalt, von dem flüssigen Ton bis sich da eine Wand gebildet hat an der Gipsform. Das dauert so circa 20 bis 30 Minuten. Und dann muss man das wieder abgießen, sodass man dann nur noch die Kanne hat. Das sieht man jetzt hier wunderschön, wird abgegossen. Und dann bleibt es auch noch wieder eine Weile stehen, bis man es rausnehmen kann. Es dauert auch noch mal mindestens eine Stunde. Und diesen Prozess, den machen wir ja so circa 100 Mal am Tag. Da wird dann jetzt die Form aufgeschnitten mit einem Messer, damit dann nichts hängen bleibt. Kann man jetzt gleich wunderbar sehen. Und dann hat es da vier Teile, diese Form. Und die muss man jetzt auseinander drücken. Ziehen und drücken. Das ist nicht so meine regelmäßige Arbeit, aber ich zeige es jetzt hier. Es ist wirklich eine sehr schwere, körperliche, anstrengende Arbeit. Und das ist jetzt nur eine Mini-Version der Kanne. Wir machen ja viel größere Kannen. Und jetzt sieht man, was man dann auch machen muss. Das unten, das Teil, was man noch rausnehmen muss, da muss man oben die Tülle freischneiden, damit auch ein Loch durchgeht. Und da ist die Kanne, der Henkel abgerissen. Der wird dann wieder verschlickert. Und dann hat man eine wunderschöne, kleine, süße Kaffeekanne. Hier zeige ich jetzt noch, wie man die Form, wie man das in der Form sieht. Diese Form muss man dann wieder natürlich reinigen, sauber machen, damit man die am nächsten Tag wieder benutzen kann. Jetzt sieht er diese schöne Kanne von oben. Schaut mal, da sieht man, wie die von oben aussieht. Eine winzige, kleine Kanne von 0,4 Liter. Ganz winzig. Und so sieht sie dann aus, wenn sie fertig ist. Und demnächst stelle ich immer mal ein Produkt vor von uns, wie das hergestellt wird. Das ist natürlich nicht immer so einfach wie an dieser kleinen Kanne. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.